einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum neuen video ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt ich bin hier mitten in rumänien auf einem stellplatz heute führt mich mein weg wahrscheinlich nach nesebar aber es kommt wie es kommen soll da will ich mich nicht so festlegen ich stehe hier auf diesem schönen platz an einem see der ist hier hinter da sitzt auch ein angler und ich hatte eine ruhige nacht und hier sind auch noch zwei gesellen eine kleine hundeherde und ja jetzt will ich erst mal frühstücken hallo das bin ich ich heiße jana und ich liebe es um die welt zu reisen fremde kulturen zu entdecken und exotische tiere zu beobachten und durch satte grüne regenwälder zu wandern irgendwann kam dann auch wenn er dazu mein liebevoll ausgebauter zitrönen berlingo xl mit dem ich europa erkunde ich habe alles ganz alleine ausgebaut bett toilette alles drin abonniert meinen kanal um bei meinen abenteuern dabei zu sein und viel spaß beim heutigen video ich hoffe ihr habt die anderen videos der tour auch gesehen denn das ist ein folge video ich bin durch ganz rumänien gereist wenn ich schaut mal ein paar videos zurück heute fahre ich einfach nur noch durchs land ich bin jetzt kurz vor der bulgaren jahrischen grenze vielleicht noch drei vier kilometer und ich bin durch ganz rumänien gereist ohne das geld abzuheben oder ohne dieses geld zu benutzen ich habe alles mit kreditkarte bezahlt und beim bauern durfte ich sogar mit euro zahlen und mit tank mache ich es immer so dass ich wenn der tank halb leer ist suche ich die nächste tankstelle weil manchmal dauert es länger die abstände zwischen den tankstellen ich bin jetzt zum beispiel 30 kilometer gefahren und alle tankstellen waren nur auf der linken seite also daran vier tankstellen und rechts kam gar keine daher mache ich mal ab halbvoll mache ich immer hatte ich immer ausschau nach der tankstelle ich bin jetzt an der rumänisch ungarischen grenze schauen wir mal was die hier sehen wollen das geht echt zügig hier an der grenze und ich habe gerade gesehen eine familie aus dänemark ist unterwegs in die türkei wahnsinn mit einem kleinen auto unglaublich dieses mal habe ich die maut im voraus online gebucht weil ich ja so probleme hatte in rumänien die maut zu bezahlen daher kann man das gut online machen ich kann es euch unten in der video beschreibung verlinken das ging flott ich musste jetzt drei euro bezahlen weil es gibt ja eine brücke ich fahre jetzt über die donau rüber und er hat jetzt hier drei euro für die brücke kassiert und ich hätte auch wahrscheinlich maut bezahlen können denn er hat die maut er hat mich nach der maut gefragt das ist also die drei euro brücke jetzt stehe ich wahrscheinlich an der bulgarischen grenze jetzt bin ich auf der grenze herzlich willkommen in bulgarien hier diese schrift lesen ich ja ich kann russisch hier muss man durch so eine roller fahren ich weiß gar nicht wovor die angst haben ich musste gerade mit dem auto über so ich glaube desinfektionsmittel fahren der ganze untergrund wurde abgesprüht so jetzt die bulgarische grenze habe ich ein glück dass ich die vignette schon habe hier war es echt voll also man hätte eine kaufen können hier aber es war echt echt voll alles sind daran gefahren heute bin ich ja ein bisschen sauer auf mein navi kennt ihr das ich habe einfach die autobahn abfahrt verpasst oder die autobahn auffahrt besser gesagt und ich will einfach nichts riskieren also fahre ich in der spur weiter in der ich gerade bin und dann sagt er mal da lang da lang da lang jetzt stehe ich hier irgendwo mit einer bursch und er sagt bitte wenn den selben weg zurück und jetzt bin ich sauer aber gut es nützt nichts es geht weiter jetzt nach zwei stunden fahrt durch bulgarien mal ein kurzes update also ich weiß gar nicht wozu ich hier die e-villette gekauft habe denn ich glaube ich brauchte hier sogar für fernverkehrsstraßen aber das bekomme ich noch raus denn das ist gar keine autobahn schaut mal die straße ist dreispurig und die überholt spuren teilt man sich praktisch mit dem gegenverkehr mal hat der gegenverkehr zwei spuren und mal habe ich zwei spuren ansonsten ist der verkehr moderat hier von norden richtung küste und ja es gibt so einige rumänen die auch hier riskante überholmanöver hinter sich bringen aber ja da muss man halt ein bisschen aufpassen ansonsten die landschaft seht ihr ja die ist jetzt schon von norden bis jetzt mitte bulgarien bin ich jetzt so gleich hügelig und eben mit ganz viel landwirtschaft und ja ein schönes land und temperaturen viele hundebesitzer fragen ja immer jetzt ist der 8 juli und es sind momentan draußen 24 grad wie geil ich habe meine autobahn gefunden ich bin jetzt in schumen und hier konnte ich auf die autobahn nach warna fahren wie herrlich sich das fährt das ist echt mühselig so viele kilometer landstraße zu fahren ach übrigens ich habe mal recherchiert man braucht die e-vignette auch für alle nationalstraßen also nicht nur für autobahnen ich habe mich nämlich gewundert weil diese kameras die schauen ob die pkws die e-vignette haben die standen auch auf dieser landesstraße oder bundesstraße weiß nicht wie die heißen ich wollte noch was zum thema koffi sagen also ich bin ja jetzt schon im fünften land und wir haben sommer 22 und es war bis jetzt noch gar kein thema also niemand wollte irgendwas sehen haben oder vorgelegt bekommen ich hoffe das bleibt so ich bin in warna angekommen aber die stadt ist mir einfach zu groß ich werde hier nicht bleiben ich werde weiter nach nässebar fahren schau mal da hinten das meer erstmal bin ich am schwarzen meer wart ihr schon mal hier am schwarzen meer willkommen in nässebar so hier suche ich mir jetzt einen schönen stillplatz und dann schaue ich mir mal das schwarze meer an ein kurzes update von mir ich hoffe ihr hört mich es ist super windig das ist ein restaurant und ich stehe hier ab schwarzen meer und ich will jetzt hier hin wandern das ist nämlich die altstadt von nässebar boah schaut mal da ist eine coole düne da kann man sich auch hinlegen ich gehe jetzt da am ufer entlang und werde wahrscheinlich irgendwie auf die sinsel kommen wusstet ihr dass das schwarze meer mal ein großer binnensee war und irgendwann ist der bosporus durchbrochen und seitdem ist es ein meer früher hatte es auch süßwasser und jetzt ist es salzwasser so jetzt erst mal ein wasser mitnehmen da kann man rüber fahren und rüber laufen ein ticket kostet fünf lehrbar und kinder zwei lehrbar ein ticket kostet fünf lehrbar und kinder zwei lehrbar lehrbar sind ungefähr 256 und und zwei könnt ihr euch selbst ausrechnen die altstadt nässebars die liegt auf einer landzunge das habe ich euch ja schon gezeigt also sie ist fast komplett vom meer umsäumt das ist der einzige zugangsweg und die ruinen die hier seht das interesse von byzantinischen festungen und bädern ich würde sagen wir gehen erst mal durch den haupteingang oder aber schaut mal sehr touristisch viele reisegruppen sind hier sind busse angekommen und ja scheint wird bekannt zu sein das ding hier erst mal was essen und schaut euch mal an wie schön es hier ist ein richtig uriges restaurant in der altstadt von nässebar ich habe mir das ausgesucht mal sehen ob es genauso gut aussieht ich habe gefragt ob ich hier sitzen kann und er also auf englisch und er sagt ja sieht man mir irgendwie an dass ich deutsch bin also hier laufen ja viele touristen übrigens das ist ein feigenbaum und was sagt ihr sieht es genauso aus ja oder voll süß habe mir in dem laden gerade ein paar neue bürgis gekauft also nicht die sondern ein paar schwarze sie wollte mir dann alles in eine tüte packen und habe ich sagen nee braucht sie nicht ich habe ja hier einen rucksack und da sagt sie nur die deutschen touristen sagen sie brauchen keine tüte alle anderen länder die wollen immer eine tüte haben das ist sehr gut hat sie gesagt sehr ökologisch das ist wirklich eine schöne altstadt die kann das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich will ein Eis essen und da kann man nicht mit Karte bezahlen Messebar wurde vor 3200 Jahren gegründet und 1983 hat UNESCO die Innenstadt in ihr Weltkulturerbe aufgenommen ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Schaut mal, da hinten Habe ich noch einen weiten Weg vor mir ZDF für funk, 2017 Es ist natürlich auch Bulgarien und generell Balkan habe ich immer wieder diese Hummel- und Gali-Gali-Maschinen für Kinder gesehen Der muss sich erst aufpusten Der Arme, der da drin steckt Das ist hier übrigens mein Stellplatz, da steht mein Auto und hier ist das Meer Ganz schön dicht Gute Nacht Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch Wollt ihr weitere Videos sehen? Einfach Kanal abonnieren Bis bald Tschüss mit Schuhe Tschüss mit Schuhe Tschüss mit Schuhe